Hier entsteht die Brotversorgung der Zukunft. Hier entsteht Brothausen, ohne dass es ein eigener Bezirk wird. Weiter geht's mit Timberborn, ihr Lieben. Und ihr hattet viele, viele hilfreiche Kommentare genannt. Vielen Dank dafür. Und unter anderem, habt ihr gesagt, sollten wir hier oben noch einen Schlepperposten hinbauen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Zumal wir mittlerweile 27 Arbeitslose haben. Das finde ich tatsächlich deswegen eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Und das machen wir tatsächlich mal. Es bleibt halt nur die Frage, wo wir das hinbauen. Und ich würde es tatsächlich, wenn ich den Schlepperposten jetzt wiederfinden sollte, ich würde ihn gerne hier hinsetzen. Müssen wir allerdings die beiden hier abreißen. Die reißen wir bitte ab. Und hier vorne bauen wir dann den Schlepperposten hin. Das müsste dann tatsächlich hoffentlich ausreichen. Okay, ansonsten, ihr habt auch wieder viele Ideen gehabt, unter anderem auch hier oben noch eine Reihe drauf zu setzen. Und dann hier das Ganze zum Beispiel auf zweieinhalb einfach zu erhöhen, sodass wir den gesamten Bereich hier benutzen können als Wasserreserve. beziehungsweise könnten wir auch einfach hier weiter bauen und den Bereich benutzen. Da gebe ich euch durchaus recht und nicht nur durchaus, sondern eigentlich sogar zu 100%. Wir können das hier eigentlich auch, also wir können es im Prinzip beliebig hochbauen. So, das ist im Prinzip, das ist der Punkt. Ich würde aber stattdessen tatsächlich den Weg hier mal ein bisschen abkürzen und hier einen direkteren Weg bauen. So, das bedeutet auch, dass wir die Kartoffelfelder hier unten mal abreißen müssen, damit wir auch unabhängig von dem Weg hier oben sind. Denn der stört mich tatsächlich. Ich möchte halt hier vorne einen vernünftigen Weg hin haben, der unabhängig von dem Bereich hier ist. Das bedeutet aber auch, dass die beiden Kartoffelfelder dran glauben müssen. Und die Kartoffelfelder müssen bitte auch dran glauben. Und der Weg hier muss auch dran glauben. Das kommt erstmal alles, das kommt erstmal alles weg. Und wahrscheinlich muss auch der hier dran glauben und überhaupt diese ganze Konstruktion. Das müssen wir nochmal, das müssen wir nochmal sehen. Aber ich möchte definitiv dort in diese Richtung weitergehen. Und jetzt gehen wir mal wieder auf höchste Geschwindigkeit, damit wir hier auch vernünftig weiterkommen. Das bitte hat für mich absolute Priorität. So, dann gehen wir erstmal unsere Bezirke durch und schauen mal, was wir da zu machen haben. Also Projekt 42 ist dabei. Die Wege habe ich, glaube ich, jetzt auf Projekt 42 alle gebaut, oder? Nein. Da geht es noch weiter. Aber wir sind ja so und so noch nicht ganz fertig. Ganz davon abgesehen, geht es da nicht weiter. Da könnten wir auf das Projekt 42 noch ein kleines Treppchen bauen. Dann machen wir den Weg mal da lang. Tja, jetzt ist die Frage, die kommen dann nicht hier lang, da lang. Hier geht es lang. Das passt. Da müssen wir noch abholzen. Das müssen wir dann aber machen, wenn wir überhaupt dazu in der Lage sind. Dann bauen wir hier die Wege weiter. Und dann haben wir im Prinzip die Wege auch schon fertig. Okay, gut. Dann kann ich mir da einen Haken hinter machen auf meine ominöse Liste in OneNote. Und ihr hattet auch gesagt, die Wasserpumpen würdet ihr hier tatsächlich auf Plattformen setzen. Allgemein und auch ein bisschen höher. Ich bin mir halt bei den Sachen hier noch nicht ganz sicher. Also ich habe grundsätzlich eine Idee beim Wasser, was wir hier machen könnten. Also dazu zoome ich mal ein bisschen raus und gehe mal in die Richtung. Beim Wasser könnten wir hier vorne etwas bauen. Hier in diesem Bereich. Dass wir diesen Bereich nochmal separat abtrennen tatsächlich. Unser Projekt 42 geht jetzt hier lang. Und der ganze Bereich ist ja dann irgendwie noch gar nicht benutzt. So, folgende Idee. Wir lassen die Wasserpumpen tatsächlich hier so, wie sie sind. Beziehungsweise wir bauen das im schlimmsten Fall nochmal um. Ich habe ja vor, hier hinten, und wir haben ja das Projekt 42 schon maßgeblich verkleidet, Hier hinten wollen wir ja einen Wasserauslass machen. Und von hier aus, deswegen muss er langfristig dann wiederum wechseln nach hier. Damit wir dann hier die notwendigen Biber haben, um das hier zu bauen. Aber das ist eine Sache für später. Deswegen, das ist halt auch nur ein temporärer Distrikt. Und ich würde tatsächlich sagen, da er auch demnächst überflutet wird, bekommt er auch erstmal keinen Namen. Da lasse ich mir nochmal was einfallen. Eventuell Schulenburg finde ich ganz interessant. Könnt ihr mal nach googeln. Schulenburg, ich glaube Schulenburg war das. Und dann werden wir hier ja unser Projekt 42 den Hauptteil des Projektes. Der Damm ist ja eigentlich nur ein Nebenprojekt bauen. Nämlich, dass wir hier die Energieversorgung sicherstellen. Und dann können wir hierüber eine Energieversorgungsleitung legen. Das will ich idealerweise hier neben dem Damm machen. Und hier vorne hier dann eine Pumpe bauen, die wiederum das Wasser hochpumpt in ein Becken, was sich hier befindet. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir das langfristig machen, was die Menge angeht. Hier steht in 0,33 Stunden ein Wasser. Als Tiefenwasserpumpe. So, jetzt bin ich mir halt nicht sicher, was er hochpumpen kann. Wie viel er an Wasser schafft. Das müsste man so abstimmen, dass wir so viele Pumpen haben, die genauso viel Wasser in das Becken reinfördern, wie diese Pumpe hier benötigt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, dass wir tatsächlich hier ein extra Becken machen, das auch ein bisschen tiefer liegt. Eventuell sogar hier gar nichts umbauen. Und wir mit dieser Tiefenwasserpumpe wirklich aus dieser hohen Schicht einfach ganz stumpf das Wasser da reinpumpen. Und hier ein extra Becken machen, nur für die Wasserversorgung. Das machen wir hier ein bisschen länglich. Dann sprengen wir uns hier wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen würde ich hier diese Sprengung sogar mal sein lassen. Auch das mit diesem Damm, der hier lang geht. Das planen wir auch nochmal komplett neu. Da bin ich auch noch überlegen, wie wir das besser machen können. Wenn wir nämlich hier diese Hauptwasserversorgung machen, dann könnte man nämlich auch überlegen, dass wir in das Becken zuerst mal ihn hier reinlaufen lassen und quasi ihn hier in dieses Wasserbecken reinlaufen lassen, was sich dann hier befindet. Und wir nur noch den Notüberlauf machen, dass wir von hier aus dann ebenfalls Pumpen bauen, die das Wasser hier reinpumpt, wenn es nicht voll wird. So, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Also ich meine, ich habe das jetzt ohne Bildern, ohne irgendwelche Zeichnungen gemacht. Ich hoffe, das war verständlich. Und ja, daran werden wir jetzt erstmal arbeiten. Auch mein Ziel, wir sind jetzt bei 300 Tieren. Ich möchte jetzt nicht mehr Biber haben. Wir sind bei 300 Leuten. Und jetzt gucken wir überhaupt mal, was das Essen angeht. Gut, wir sind hier bei 288. Ihr seht, wir sind hier tatsächlich an der Grenze. Wir machen hier nochmal ein Aus. Wir sind hier bei 70 Bibern. Hier sind drei Stück, nee, vier. Also das ist eigentlich mehr als genug. Das sollte hier absolut, absolut passen. Wir sind auch eigentlich bei viel zu wenig Wasser, was wir hier raus fördern. Ja, hier vorne ist auch gleich alles, alles dicht. Hier wird noch ein bisschen Wasser gerade reingepumpt. Haben wir den Sprengstoff schon am, äh, bauen? Ja, wird gebaut. Okay. So, also hier sieht's erstmal gut aus. Was heißt gut? Es ist sehr knapp, was das Essen angeht, muss ich sagen. Wir haben, ach nein, wir haben Beeren. Ah, okay, wir haben nicht genug Karottenproduktion hier. Warum? Ernten und anpflanzen. Ähm, okay. Wir kriegen nicht genug Karotten produziert hier. Aber es geht noch. Noch geht's. Gucken wir mal die anderen Bezirke an. In der Waterworld haben wir 400 Beeren, genug Karotten und immer noch zu wenig gegrillte Teichrosen. Gegrillte Teichrosen sind in der Mache. Da haben wir die Produktion erhöht, beziehungsweise verdoppelt. Hoffen wir mal, dass das ausreicht. Hier sollten wir mehr als genug zu essen haben. Ja, 577, 541. Also das ist überhaupt kein Problem. Hier gibt's auch erst 40 Biber. Das wird natürlich mit der Zeit auch ein bisschen steigen. Das ist also auch kein Problem. Die anderen hängen am Tropf von anderen Sachen dran. Die sind hoffentlich, hoffentlich okay. Ja, das passt. Gut. So, wie sieht's denn hier aus? Wir haben 500 Beeren, wir haben 55 Teichrosen, 131 gegrillte Kartoffeln und 54 Karotten. Karotten ist hier ein kleines Problem, tatsächlich. Da arbeiten wir aber weiter dran. So, ich möchte gerne hier in Anbetracht der Karottenproblematik tatsächlich ein weiteres Bauernhaus bauen. Ich möchte sagen mal, Arbeitskräfte sind ja momentan nicht unser Problem und das werden wir auch priorisieren, dass wir hier diese Karotten auch mal abgebaut bekommen, die wir hier haben. Ich meine, wir haben hier so viele Karotten, dann sollten wir die auch tatsächlich mal abbauen. Und wir haben nicht so viel Essen auf Lager, ne? Also das nennt sich hier irgendwie so Just-in-Time-Produktion, was wir hier machen mit den Bibern. Mal gucken. So, also das haben wir auch. Tja, essensmäßig, also ich bin nach wie vor ein bisschen unglücklich, was das Essen angeht. Das ist noch keine saubere Lösung. Das muss man ganz klar sagen. So, jetzt sind wieder eine ganze Menge Leute gestorben. Jetzt haben wir auch nur noch 16 Leute, die arbeitslos sind. Aber das sollte kein Problem sein. Na, was heißt 16 Leute? 31. Okay, wir sind bei 300 Jungtieren. Also Leute, das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Wir lassen jetzt die Tanks mal so pausiert. Und wir sind bei 30 Arbeitslosen. Also das sollte hoffentlich erstmal passen. Okay. So, entschuldigt bitte meine Uhr. Sagt mir die ganze Zeit, ich mach das hier toll. Ich stehe regelmäßig auf. Ah, du bist so super. Hey, klasse. Nur noch einen Punkt. Dann hast du dein Gesundheitsziel für heute erreicht. Äh, äh, ja. Gut. Fluch und Segen moderner Technik. Okay. Also, ich schweife ab. So. Projekt 42. Da machen wir erstmal weiter mit. Dann gucke ich mal, was ihr noch geschrieben habt. Unter anderem über die Weizenproduktion. So, das hatte ich gehört. Und die hatte ich gesehen. Und die Holzscheite. Jetzt machen wir erstmal das Thema hier fertig. Und wir müssen auch diese Bäume hier abholzen. Oh, ich hoffe, da kommt jemand dran. Müsste aber eigentlich. So. Einmal bitte priorisieren. Und dann werden wir von hier aus. Ah, wir müssen den auch noch wegnehmen. Der muss auch noch weg, bitte. Einmal priorisieren. Kommt da jemand dran? Ja, müsste eigentlich. Müsste eigentlich gehen. So. Also, jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn hier vernünftig hin? Indem wir den hier abreißen. Tatsächlich. Und dann bauen wir den Weg hier lang. Das ist jetzt ein bisschen ein Umweg hier lang. Ja. Die Frage ist, ist das jetzt noch wichtig? Ich meine nicht. Ich meine nicht. Nee. Also, dann bauen wir hier. Den nicht ganz so hoch. Und wir müssen den Weg hier tatsächlich wegsprengen. Ah, das ist... Hm. Wir machen das anders. Wir sprengen den Weg hier weg. Den dort. Jetzt habe ich tatsächlich diesen Bereich da abgeholzt. Aber das ist jetzt egal. Oder abgerissen. Wir sprengen den Weg hier weg. Und bauen das direkt hier runter. Hier rum. Und dann da ran. Und wir können den Bereich tatsächlich schon mal bauen. Das geht. Dann eine Einser-Plattform. Hier lang. Und ab hier zweier Plattformen nach da. Okay. Ja, das müsste... Das müsste tatsächlich funktionieren. Okay. Sehr schön. Dann... Und wenn wir das haben, dann reißen wir eben diese Verbindung hier oben ab. Und dann können wir diesen komplett... Dieses komplette Teil... Können wir dann höher bauen. Um eins. Und im Prinzip einfach die Schleusen hier offen lassen. Also, beziehungsweise die Schleusen hier zulassen. Und das Wasser hier ganz stumpf hier lang fließen lassen. Da gibt es durchaus genug Möglichkeiten. Hier könnten wir das auch noch, hattet ihr ja gesagt, hoch bauen. Hier zumachen. Und dann hier auf zweieinhalb tatsächlich stellen. Das wäre halt auch eine Möglichkeit. Das finde ich auch tatsächlich eine gute Lösung. Dann hätten wir hier nochmal 0,5 mehr drin. Das heißt, wir machen hier noch zu. Hier zu. Und dann haben wir alle Tanks tatsächlich noch ein bisschen höher gemacht. Das finde ich... Das finde ich erstmal nicht schlecht. Und wir sollten da oben tatsächlich genug Wasser speichern. Ich denke, wir würden durch eine 30-Tage-Türe kommen. Aber... Tja, müssen wir mal schauen. Okay. Also, das ist der Punkt. Dann gehen wir mal die Holzscheite durch. Wir müssen checken, ob die Holzproduktion, die von Baumhausen ja maßgeblich vorangetrieben wird. Oh, der ist auch fertig. Wunderbar. Bitte Karotten ernten. Passt. Und die Kortenproduktion hat sich just in dem Moment tatsächlich erhöht. Also, Baumhausen ist tatsächlich noch ein bisschen problematisch. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich noch ein bisschen mehr Beeren anpflanze hier. Aber wir schweifen ab. Aber das muss sein. Ansonsten kriegen wir Probleme. So. Also, Beeren. Wir sind nach wie vor übrigens gerade mal bei der Basisrohstoffproduktion. Das ist der Wahnsinn. Also, durch dieses riesige Projekt, was wir hier haben, wo mittlerweile 300 Biber benötigt werden, um das hier zu stemmen vernünftig. Ja, schon krass. Und es ist noch kein Ende in Sicht. So. Aber davon haben wir es abgesehen. Also. Du bist für Waterworld, Beiberly Hills und Neubieberdamm verantwortlich. Du hast noch nichts. Dann werden wir das einmal erhöhen, bitte. Habe ich hier nicht genug Biber? Habe ich mir ernsthaft zu sagen, dass ich hier keine arbeitslosen Biber mehr habe? Hatte ich da gerade nicht nur 16? Wo sind die denn alle hin? Da sind 18 Arbeitslose. Da sind 5. Hier sind 7 Arbeitslose Biber. Boah, dann schicken wir mal 6 rüber, wa? Ist doch kein Problem. Nach Baumhausen bitte einmal 6 Biber. Zack. Und jetzt sind tatsächlich einige gestorben. Oh je, oh je. Müssen wir gerade mal gucken. Hier sind geboren worden. Und ein Biber ist gestorben. Das ist der gute Kriegselkraxel. Jetzt muss ich mal gucken, ob einer geboren wurde. Da. Garkrum. Garkrum wird der gute Krieg... Kriegselkraxel in der Generation... Hier. So. Kriegselkraxel in Generation 4 bitte. Also. Hi lieber, du bist auch wieder mit dabei. Und jetzt wollte ich eigentlich ja was ganz anderes checken. Aber wir sind ja grundsätzlich dabei. Also. Die sind fertig. Er ist am bauen. Und die Waterworld, das bist du, Biberly Hills und Neu Biberdamm, versorgen wir bitte einmal über was anderes. Dann können wir hier einmal Verteilungslimit checken. Und ich möchte hier, das hattet ihr auch gesagt, auf 100 Holzscheite gehen. Passt. Einmal dahin bitte Holzscheite liefern. So. Dann sind wir... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Einmal... Einmal hier. Einmal Holzscheite bitte. Eingrillkartoffeln kannst du auch gerne liefern. Das bringt denen hier aber leider nix. So. Und wir sind bei... 10. Ja, das ist kein Problem. Hier brauchen wir wahrscheinlich nicht so viel. Wir können das erhöhen auf 20. Aber mehr würde ich hier tatsächlich machen. Haben wir hier Planken überhaupt? 10. Das müsste aber reichen. Ja, das müsste reichen. Wir sind bei 1000 Planken. Heidewitzka. Sollen wir denn jemals mit so viel Planken anfangen? Wie viel haben wir denn hier überhaupt noch in unserem Lager drin? An Kapazität. Ja, das ist nicht mehr allzu viel. Dann würde ich tatsächlich sagen, bauen wir hier auch gleich nochmal ein paar mehr Lager auf. Das sollte man nie außer Acht lassen bei uns. Ein großes Lagerhaus bitte. So. In unserem Lagerhauskomplex geht es da auch weiter. Gut. Also das haben wir. Dann hier haben wir das eingestellt. Hier sind wir glaube ich schon bei 200. Hier hatte ich glaube ich schon 200 Holzscheite eingestellt. 150. Ja, das sollte reichen. Wie viel haben wir hier drin? 100. Dann müssten tatsächlich die hier jetzt nach Timberland reisen die ganze Zeit und kontinuierlich Holzscheite hinbringen. Das sollte funktionieren. Hier bauen wir ja auch gerade wie eine ganze Menge. Deswegen wird hier auch natürlich eine ganze Menge benötigt. So, wunderbar. Also hier unten haben wir eine Holzproduktion. Ja, dann sollten wir hier tatsächlich mal ein Holzlager bauen. Das würde ich ungern nicht hier hinsetzen. Das ist ja die Frage, wo wir das hinbauen. Hm. Jetzt haben wir uns mit diesem Zaun natürlich hier ein eigenes, ein eigenes Tor gebaut. Den möchte ich auch ungerne, das möchte ich auch ungerne abreißen, weil ich das doch ganz schick finde. Wir sind hier bei... Ja, Wohnung wird auch langsam eng. Also da müssten wir auch nochmal nachlegen. Hm, 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 hm. Darf mal ganz abgesehen, dass wir hier noch nicht genügend Arbeiter drin haben. Um Gottes Willen. Gelbe Teichrosen, bitte. Gelbe Teichrosen, bitte. So, das passt. Wo bauen wir hier denn das... Das Problem ist natürlich, dass er hier überhaupt gar nichts zu tun hat, so richtig. Wir können ihn mal auch depausieren. Ich meine, wir haben ja hier genug Leute. Und hier werden Holzscheiter produziert. Die Frage seit nur... Ja, na doch, natürlich für die hier. Schlepperposten haben wir hier auch. Sinn machen würde das nach wie vor hier vorne. Wie groß ist denn dieses Holzlager? Und direkt hier hinten ran. Wir bauen das aber eigentlich hier vorne bei der Produktion. Wir bauen das hier hinten. Wir bauen das da hin. Prioritäten geben wir gleich mal durch. So, dann haben wir das Thema. Dann gucken wir hier auch nochmal nach dem Holz, was wir hier eingestellt haben. Das ist einmal hier. Da dürften wir eigentlich gar nichts mehr bekommen. Holzscheiter sind wir bei 20. Wir machen das mal auf 100 hoch. Aber hier dürften wir eigentlich gar keine aktive Route mehr haben. Nein. Wasser aus Timberland. Ja. Sollten wir mal legen, ob wir das tatsächlich canceln. Obwohl Wasser aus Timberland, das lassen wir lieber. Die Wasserrouten finde ich sehr praktisch. Das sind nämlich so diese Notwasserrouten. Wenn es irgendwo mal knapp wird. Wie hier mit 26 wird es schon eng. Aber wir haben noch dreieinhalb Tage. Das Problem ist wirklich, unsere Wasserversorgung in meinen Augen steht immer noch auf wackeligen Füßen. Warum? Weil der Teich hier mittlerweile einfach zu klein ist. Also es ist einfach zu wenig Platz jetzt mittlerweile hier vorhanden. Für das Speichern von Wasser. Wir müssten kurzfristig sogar in meinen Augen das hier weg machen und das erhöhen. Damit hier einfach mehr Wasser gespeichert werden kann. Das ist auch übrigens das, was ihr gesagt hattet. Dass wir unbedingt gucken müssen, wie wir die Wassermenge dort einspeichern. Wasserproduktion temporär umziehen lassen. Den Deich erstellen. Vielleicht Prototyp in geringerer Höhe. Um mal zu gucken, ob das überhaupt passt. Und ob wir diese Quelle da überhaupt brauchen. Ich denke, wir brauchen sie. Aber das ist halt eins unserer größten Probleme im Moment. Dass wir gar nicht wissen, ob diese Quelle ausreicht. Weil wir auch gar nicht wissen, ob wir das alles machen. Deswegen checken wir jetzt mal die Prioritäten. Priorität 1. Ganz klar das hier. Das ist soweit klar. Und wenn wir das hier haben, dann können wir eigentlich auch den Rest machen. Und dann checken wir nochmal die Prioritäten hier. Der Deich wird gebaut. Das hier hat in meinen Augen auch Priorität. Warum? Wir müssen hier hinten das Ganze dicht kriegen. Jetzt mache ich mal ein wildes Rumgeklickel in der Hoffnung, dass ich damit alles erwische. Wir müssen das hier dicht kriegen, damit wir einfach in der Lage sind, hier das Wasser zu staunen. Ansonsten läuft das hier halt immer wieder raus. Und dann werden wir vorsorglich tatsächlich eine weitere Stufe bauen. Und die würde ich tatsächlich gerne hier hinsetzen. An die Stelle. Die möchte ich gerne ein bisschen höher machen. Idealerweise auf die Höhe hier. Wozu wir auch immer das dann brauchen. Aber ich möchte das auf jeden Fall erstmal auf die komplette Höhe machen. Und das bekommt auch tatsächlich die absolute Top-Priorität im Moment. Wir machen eine Dreifachschleuse. Ich weiß nicht, ob wir da so viel von brauchen. Ob wir wirklich erstmal nur zwei machen. Machen mal drei. Einmal da lang. Den Weg hier werden wir abreißen. Vielleicht können wir das sogar schon dann als Haupttor. Für das Projekt 42 verwenden. Man weiß es nicht. Und einmal da bitte einen Weg lang. Damit die auch vernünftig gebaut werden können. Und hier vorne. Wenn wir dann nochmal ein Distrikt-Tor sogar bauen. Dann geht es da nämlich auch nochmal vernünftig weiter. So. Und das bekommt die absolute Top-Priorität. Damit wir hier mal Wasser speichern können. Also das wird bitte zuerst gebaut. Und danach möchte ich das hier haben wir auf normal. Das sollte passen. Tja. Und jetzt ist der Kardinal gestorben. Dich werde ich jetzt tatsächlich offline... Ich gucke nochmal, ob noch jemand gestorben ist. Nein. Dich werde ich wieder offline ins Leben zurückholen. Und dann sehen wir uns morgen lieben... Andersrum. Mein Kopf überschlägt sich schon. Morgen lieber ihr Wieden. Morgen wieder ihr Lieben. Und dann werden wir hoffentlich nicht verdurstet sein. Aber dann... Also verdursten werden wir hier denke ich nicht. Aber... Man sieht, wo jetzt an diesem Teich hier die gesamte Biberpopulation gerade hier vorne in dem Bereich am Pumpen ist, wird das hier verdammt knapp. Also das muss man schon sagen. Wir müssen deswegen müssen wir hier wirklich jetzt unsere Verbindung bauen und auch wirklich langsam in Richtung der Tiefenwasserpumpe gehen und auch hier weiter runtersprengen. Ansonsten wird es wirklich irgendwann knapp. Denn wir sind noch nicht in der Lage, dass wir hier weiter hochstauen. Aber wir arbeiten dran. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategiener. Ciao, ciao.